Emotionale Reise Ausgerechnet vor Helene, Adele weint während Konzert. Nur nach drei Shows spielt Adele in München. Dann ist Schluss. Das wollte sich auch Helene Fischer nicht entgehen lassen. Ja, auch sie ist Feen. Und zwar von Adele. Helene Fischer ließ es sich nicht nehmen, die Balladenqueen auf einem ihrer Konzerte in München zu besuchen. Auf TikTok tummeln sich nur so die Clips der Sängerin, die sich die Show von Anfang bis Ende angesehen hat. Mit dabei, ihr Mann Thomas Seidel. Helene selbst reagierte gelassen auf die vielen Fans, die sie bemerkten. Sie wenkte ihnen zu und schmunzelte, bis 2026. Die Reaktion der Fans, ein riesiger Chor, der atemlos anstimmte. Tränen bei Verlobungen im Publikum Währenddessen wurde es bei Adele ganz emotional auf der Bühne. Ihre 80.000 Zuschauer, und Helene, fragte sie, seid ihr heute Abend bereit, mit mir auf eine emotionale Reise zu gehen? Warum sie voller Emotionen sei, könne sie nicht sagen, aber wenn ich emotional bin, sind meine Shows immer besser. Es ist besser für mich, emotional und tränenreich zu sein, dann kann ich die wahre Bedeutung des Liedes erkennen. Vor allem beim Song Make You Feel My Love gingen die Gefühle so richtig mit ihr durch. Es ist definitiv eines meiner Lieblingslieder, die ich singe. Menschen suchen sich diesen Song aus, um ihre Liebe auszudrücken. Also falls es ihr während des Liedes einige Verlobungen gibt, herzlichen Glückwunsch, meinte sie da noch relativ gelassen. Sie lachten noch, dass man sich keinen zu großen Druck machen sollte. Bei ihr hat es immerhin auch nicht beim ersten Mal geklappt. Als sie dann realisierte, dass schon vor dem ersten Ton die ersten Ja-Worte im Publikum zu hören waren, konnte Adele ihre Tränen nicht mehr zurückhalten, oh mein Gott, ich muss meinen Eissprung haben, FCK. Ohne große Worte deutete sie dann ihren Musikern, dass sie singen wolle. Sonst hätte sie wohl einen echten Heulkrampf bekommen. Irgendwie schön, wenn Musik solche Emotionen auslösen kann. Auch bei der Künstlerin selbst.